das finde ich aber cool das finde ich cool, weil sehr viele haben halt Poison Resistance oder Poison Immunity, irgendwie sowas in dem Dreh und dann wäre halt eine Sache von dem Rogue wäre komplett useless, wenn die Poison machen würden und dass er dann einfach sagen kann mit Level 13 so ne, ne, du bist Poison ja, definitiv, finde ich auch finde ich auch gut Gebiete rein, da kannst du ruhig sowas gerastet in Anführungs-Session haben ich lese gerade durch, was das macht ja wenn du attack or hit a creature that is surprised also da ist noch mit surprised must make constitutional saving throw on a fail safe, double the damage of your attack against the creature straight up double, ja also du kannst dir dann vorstellen das ist, gut, das ist erst mit Level 17 aber es ist halt trotzdem ähm, aber trotzdem äh, aber wenn du aber trotzdem, wenn du mit Level 17 weil dann machst du halt mal so keine Ahnung, ich geh jetzt einfach mal davon aus äh, du machst dann halt so 80 damage mit einem Attack als Rogue geh ich jetzt, also könnte gut sein dass man das mit Sneak Attack hinbekommt und dann machst du einfach 160 ja also voll der Endgegner Schuss ja ich, also und, also ich weiß, dass die so in einem 300er also das gute Gegner so in einem 300er Bereich sind wenn du da ähm, 108 äh, 160 damage machst dann ist erst mal mehr als die Hälfte vom Leben weg in der ersten Runde ja in der ersten Runde da steht der DM auf und sagt auf Wiedersehen ja da, äh, jo ja äh, äh äh, äh drop my mic und, ähm das war's sorry äh äh weiß ich halt jetzt also, okay ähm äh, äh also kriegst du ja jetzt sowieso aber die muss halt surprise dafür sein aber jetzt muss sie halt immer surprise dafür sein du musst halt einfach nur Sneak Attack Bonus haben und das krieg mal hin das, äh würde ich behaupten, ja eieieieieiei so, we did Assassin so Arcane Trickster yeah, Arcane Trickster is it's always been perfect this is a hard one to improve upon well, and the Arcane Trickster because it was so solid and so fun it other than just getting some tweaks to integrate seamlessly into the rest of the player's handbook really only got a few modifications and one bit of actual redesign so first on the front of just some nice enhancements the Arcane Trickster's spellcasting ability no longer has any school of magic restrictions perfect and like the Eldritch Knight who can now use an Arcane Focus the Arcane Trickster can now use an Arcane Focus and the Arcane Trickster continues to be the awesome spell-wielding rogue who can use Mage Hand for endless shenanigans and we then allow even more shenanigans with a new new version of Versatile Trickster which we've redesigned to now interact with Cunning Strike in the baseline rogue and just as the assassin is now really good at using the poison option in Cunning Strike the Arcane Trickster is really good at using the trip Cunning Strike because now when you as the rogue trip someone you can also have your Mage Hand trip somebody else and so you can imagine everyone's distracted by the rogue doing something and then over there the Mage Hand is going whoop and then someone else tumbles down so you will be able to get up to even more so as an Arcane Trickster I have always loved this subclass for truly delivering what's in its name being a trickster because there is so much prankishness in this subclass I thieve a lot as a Arcane Trickster it is a very very fun subclass also really great at infiltration at triggering traps without dying like there's it is one of those perfect meshes of a rogue adding magic to a rogue to just get by a little bit better and it sounds like a small thing but in both of the Eldritch Knight and the Arcane Trickster us removing the school of magic restrictions in each of them is itself a big change because it means you will be able to build a mix of abilities that you could never build in the past because the school of magic restrictions in the past really kind of hedged you in in the type of Arcane Trickster you can build and now you have way more options perfect the other rogue subclass that is mixing in supernatural power with the rogue's baseline abilities is the soul knife for me one of the things that I enjoy about the Arcane Trickster and the soul knife is they're not only siblings to each other as the two rogue subclasses that mix roguishness with supernatural ability but they are also siblings to the other two subclasses in that the Arcane Trickster is basically the magical equivalent of the thief and the soul knife is the supernatural equivalent of the assassin and the soul knife manifests this psychic blade and uses it to terrifyingly attack people and leave no trace that's the creepiest bit yeah and the soul knife appeared originally in Tasha's Cauldron of Everything it will feel much the same here but it has enhanced presentation it's now been fully integrated into the rule set of the new player's handbook but we also made a couple of critical functional changes to the use of the soul knife itself because I'm guessing what these are now so and they're just like in the Arcane Trickster it goes a long way us lifting the school of magic restriction in terms of how the subclass will feel the soul knife has two important changes to the psychic blades one of them is you can now use them on your opportunity attacks yeah this is probably the most requested feature for the soul knife is being able to use the psychic blades for opportunity attacks yeah and now you can thank you the other you're welcome the other cool thing that we've done for the psychic blades is we've given them a mastery property we wanted the soul knife to feel like they were still getting to use the fun of the mastery system even when using their psychic blades and so the psychic blades have the vex mastery property which is the property that sets up your next attack to have advantage meaning if the soul knife is using their ability to make an attack with their action and then a second one with their bonus action that bonus action attack can now have advantage thanks to the vex of their first attack yeah so you are setting up your sneak attack very well and you've got this extra weapon mastery yes so next up the thief let's talk about the thief so the thief has a number of fun enhancements as well as redesigns within it our goal here was to just make the thief even more thiefy so one of the things that we did is in the fast hands feature we've given the thief the ability to activate magic items as a bonus action previously fast hands did not oh what apply to magic items and now it does and so the thief will be able to take a magic item yeah that requires a magic action for activation and be thanks to fast hands now activated as a bonus action oh perfect uh also it's just krass aber du brauchst erstmal dann auch diese ganzen magic items du brauchst erstmal ein magic item aber überleg mal jetzt patrick's ne überleg mal patrick's story wo du end of magic missile hast du kannst sie als bonus action benutzen das stimmt ja du kannst sie als bonus action benutzen das ist sowieso jetzt schon viel zu stark finde ich für unser level 2er 3er das ist gut also das ist auf jeden Fall nicht also ich fand's in Ordnung das hat uns auf jeden Fall ein bisschen den Arsch gerettet weil du hättest in der ersten Runde also du hättest ja basically bis auf die Runde wo du komplett einmal umrundet hast und die dann angegriffen hast hättest ja nichts machen können ja ich hätte reinrennen können und sterben können genau das wäre einfach das einzige gewesen so hallo sagen können ja hallo tschüss fuck you deswegen also fand ich das ist auf jeden Fall krass ja es gibt ja noch ganz andere magic items die du dann halt quasi als bonus action einfach benutzen kannst es wird halt immer krasser im späteren verlauf weil du immer mehr magic items hast das ist krass ja das skaliert auf jeden Fall gut gut du kannst ja auch hier objects einfach als bonus action benutzen wenn ich das hier richtig sehe also du kannst wahrscheinlich dann also der thief hätte sogar als bonus action schon ähm tränke benutzen können mhm einfach als bonus action die ja das eigentlich aber das ist doch das allgemein wird dadurch gehandhabt oder nicht genau aber das ist jetzt allgemein der Fall deswegen ist das dorthin gehen vielleicht sogar dann ein bisschen genervt worden äh aber gut ähm gibt wahrscheinlich noch 5000 andere Sachen wo man das halt ja bestimmt wo man das halt anwenden kann bei so vielen items auch wie es gibt okay we've also made it so that in second story work the thief can now use their dexterity instead of their strength when determining their jump distance and it now gives them a climb speed it technically gave them a climb speed before but did not call it a climb speed and so now now it loops through the regular climb speed rules right we've also given you a new cutting strike option in supreme sneak at level nine which now allows you to make an attack while you're hidden and stay hidden there's nasty stuff and then finally in use magic device we've given the thief the ability to attune to up to four magic items instead of just the three that most characters are limited to das hat der artifice hat das auch der kann sich halt auch mit einem mehr aber bei dem macht es halt eigentlich auch sinn weil der kann sich seine eigenen magic items infuse das ist aber auch sein job so nach dem motto und er kann also das ist halt schon krass das ist krass das ist definitiv krass aber auch sag ich jetzt mal dieses was war nochmal supreme sneak das war auch nicht schlecht stimmt dass du einfach hinten bleibst ja angreifen kann und er bleibt einfach hinten automatisch weil das also das ist halt hin ist krass weil hin bedeutet der DM muss erstmal einen perception check du musst einen perception check schaffen der den stealth check von demjenigen übertrifft weil du bist ein thief du hast halt du hast halt übel auf steff genauso wie Eva die kann halt einfach den hood abmachen und dann ist sie halt broken as fuck die kriegt dann auch advantage da drauf und hat halt immer 20 30 so in dem dreh quasi mit ihren stealth wirfen als die M das zu das zu tracken ist halt also du bist halt du bist halt basically kannst du eigentlich quasi in die mage gegriffen werden so ich glaube am anfang vom fight den ersten na ich glaube er hat gesagt nach dem motto noch mehr schlangen in use magic device we 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 given the thief the ability to climb speed and so now it loops through the regular climb speed rules we also given you a new cutting strike option in supreme sneak at level 9 which now allows to make an strike option das bedeutet du du einen würfel oder vielleicht wenn das feature vielleicht hat das feature musst du mehrere würfel dafür opfern aber du du einfach nur von deinem sneak attack quasi würfel weg nehmen und darfst dann dafür aber hin bleiben ja get fucked ja du konzentrierst dich nur auf alle andere und dann finally in use magic device we have given the thief the ability to attune to up to four magic items instead of just the three that most characters are limited to it also gives the thief a chance of using a magic item that has charges in it of not actually expending any charges when using the item and we provided guidance on how the thief can use spell scrolls that normally be able to use and so they are the really ah okay aber okay das holen wir halt auch anders mit den space gold also das ist heftig also dass du keine charges verbrauchen musst um das magic item zu benutzen ich bin mit magic missile wo du den ganzen stab verballern kannst mit dem angriff ja ich weiß halt nicht ob das nur geht nur für einen charge dass du einen charge verbrauchen musst also wenn du einen benutzt aber wenn das wirklich dafür gehen würde dass du alle nicht benutzt dann aber selbst wenn du ein wäre schon stark wenn du bestimmte magische items hast die sowieso nur 3 slots von 3 aktivierungen ja das ist richtig das ist bastard ok und dann noch 4 ganz schön mit 4 attuned ah gut man muss dann aber auch sagen der thief aber was das vermehrt es auf der thief ist ja dafür spezialisiert für Sachen zu klauen und so das bedeutet du bist ja dann auch geforscht wenn du den thief nimmst die in der kampagne auch mal Sachen zu klauen die einfach magic items zu klauen weil du geil mit magic items bist und du brauchst die magic items und wenn dann die magic items klauen ja ja aber du bist ja ein thief das ist ja der sole purpose dass du magic items bekommst die für deine klasse die dich stärker machen weil du skalierst quasi dann mit magic items sag ich ja einfach mal das ist lustig das ist auf jeden it is a gloriously stealthy class that is now even trickier than it was before the new player's handbook is available all right all right manche dinge hören sich sehr gefährlich an definitiv also gerade beim rogue okay ich finde es halt gut dass der jetzt mit seinem sneak attack hat dann halt also mit seinem sneak attack dice halt was anfangen kann ich finde das das ist cool ich finde das prinzip sowieso immer cool wenn die klassen so ein bisschen ihre eigenen identität haben genau identität aber auch ihre eigenen mana also ihre eigene ressource die sie halt für bestimmte sachen benutzen können das finde ich halt immer cool wenn nicht alles hat sage ich jetzt halt ausholen kann um bestimmte sachen zu machen cool nur beim soul knife kann ich jetzt eigentlich gar nix aber ich kenne die klasse überhaupt gar nicht null die kam halt dabei bei tasha's cauldron und die ist so ein bisschen wie patricks magia den er spielt in der wegner kampagne die wir spielen also die hat auch mit psychischer energie zu tun ich kann aber nicht sagen wie krass die buff sind die die bekommen obwohl die fast gleich ein bisschen aufwärts genau weil es halt quasi eine neuere klasse ist deswegen braucht die halt nicht so viel die sind halt okay die buffs würde ich behaupten also hätte ich jetzt gesagt jetzt nicht zu broken aber auch nicht zu schlecht also also passt 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 ja sonst sieht auf jeden fall sieht sieht schon gut aus ne hat zwar viel ficktisch mage raus gehört von den Fähigkeiten her aber sonst oh ja oh ja oh ja und vor allem für den dm das wird das das wird das wird basically it also es wird schön sag ich mal das monster neu zu kommen ja das neueste video ist über redesign von dragons ja maybe not ne also es gibt ja auch jüngere drachen ja gibt es auch aber wenn du drachen encounterst ist das schon hoffentlich ein höheres level gut ja hätte ich jetzt hätte ich jetzt auch behauptet ja die nächsten sind halt die nächsten sind halt ein bisschen länger da geht es da geht es nochmal da geht es nochmal gut her so nach aufnahme verteilen nochmal hier ich danke euch allen fürs zuschauen und wer es noch nicht wusste aber dort unten ist so ein like button den könnt ihr mal smashen und vielleicht noch einen kommentar hinterlassen und wenn ihr das getan habt lasst ihr vielleicht sogar noch ein abo da und ich freue mich drüber dank schön